Lange Zeit war der Cryptospace eine Mischung aus Wilderwesten und Cyberpunk. Ein Ort, an dem zum einen der freiheitsliebende Antisystemler, aber auch der finanzstarke Investor schnell, einfach, sicher und dezentral seine Finanzen parken konnte, ohne dass der Staat mal kurz anklopft und sagt so Mein Freund, was hast du genau da an Vermögen rumliegen? Wenn man sich überlegt, die nach wie vor größte Kryptowährung Bitcoin ist ja genau aus diesem Grund ins Leben gerufen worden, um eben dem bestehenden Geldsystem eine Alternative zu bieten, die eben dezentral und anonym ist, wo eben keine Bank, kein Unternehmen, kein Mensch irgendwie an dein Kapital kommt und schon lange nicht weiß, was du überhaupt an Vermögen hast. Ja, jetzt befinden wir uns allerdings im 21. Jahrhundert und haben da natürlich eine klitzekleine Herausforderung. Der Staat, der lässt natürlich auch nicht locker und möchte ja immer mehr erfahren. Und so ist es jetzt auch eben am Punkt, wo der Wilde Westen viel mehr demokratisiert, äh, sorry, reguliert werden soll. Und da kommt jetzt genau die Mika-Regulierung ins Spiel. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage A, für wen zählt denn diese Regulierung und was bedeutet die für die europäischen Investoren? Und zum anderen, für wen ist faktisch die Party jetzt vorbei? All diese Informationen bekommst du jetzt hier im Video. Auf unserem Kanal, da bekommst du spannende neue News zu den besten Projekten, du bekommst News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass uns auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Und wenn dich die Tokenisierung von seltenen Erden und Technologiemetallen interessieren und by the way, ohne diese Stoffe gäbe, ist kein modernes Leben. Es gäbe keine Handys, keine Tablets, keine Bildschirme, nichts. Und die Stoffe können nicht künstlich reproduziert werden. Ah, da könnte ja fast eine große Nachfrage drauf sein. Ja, so ist es auch. Und die Einstiegshürde ist sonst immens hoch. Deswegen, check mal gerne dieses Video aus, wie du daran partizipieren kannst. Du kannst, falls du investieren möchtest, dir einen 10% Bonus für die Uptrend Community sichern. Das haben wir verhandelt. Und falls du noch mehr Einblick haben willst zum Projekt, dann komm gerne in unser Webinar, was wir jeden Dienstag um 20.30 Uhr zu dem Projekt halten. Doch jetzt schauen wir uns die Mika-Regulierung an. Es sind offengesprochen die wohl komischsten Momente im Cryptospace. Manche wissen, da braut sich so ein bisschen was zusammen. Doch wenn es dann soweit ist, dann sind gewisse Schlagworte einfach in der Aussagekraft wie einer Naturkatastrophe. Und genau so ist es bei der Mika-Regulierung. Die als erste Verordnung überhaupt eine unglaublich große Wirtschaftsmacht reguliert, nämlich die EU. Am Donnerstag wurde die Markets in Crypto Asset Regulation verabschiedet, welches somit den Grundstein legt für die Krypto-Regulation im EU-Raum. Aber was bedeutet das jetzt genau? Viele Bereiche, die sind erstmal außen vor. Also wir sprechen hier von DeFi, von Staking, von Landing, von NFTs, die von Mika komplett unbetroffen sind. Dafür sind aber andere Bereiche, wie zum Beispiel Mining, Wallet-Service und zentrale Exchanges maximal reguliert. Miner müssen daher nun ein Zertifikat vorlegen, was belegt, dass die Energie, die zum Minen verwendet wird, grün ist. Okay, wir wollen uns an der Stelle vielleicht an 2022 erinnern, wo gefühlt jedes Monat eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, die natürlich grasgrün war, wo darauf hingewiesen wurde, oh mein Gott, wie kannst du Mining betreiben? Das geht ja gar nicht klar, das ist ja nicht grün. Okay, an der Stelle mal ganz kurzer Hinweis, wir gehen davon aus, die meisten Miner, die laufen mittlerweile mit grüner Energie und dann gibt es noch einen Punkt, was wiederum zu noch weniger Tangierung führen wird, denn die meisten Coins arbeiten faktisch nicht mehr mit dem alten Proof-of-Work-Konsens und somit ist da halt auch mal mit Mining gar nicht mehr so viel am Start. Kommen wir nun zu einem Punkt, wo garantiert eine Menge Kryptoinvestoren eine Menge schlaflose Nächte haben werden. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Die EU hat nämlich den Unhosted Wallets den Kampf angesagt, um wiederum der Geldwäsche im Cryptospace Einhalt zu gebieten oder das komplett zu unterbinden. Aber wie soll das jetzt genau gehen? Ja, es geht darum, dass zentrale Börsen wiederum ab einem Volumen von 1000 Euro Geldeingang, was von einem Unhosted Wallet kommt, wiederum melden sollen. Offenkundig sagt natürlich die EU, hey, wir wollen die Anleger schützen. Wir sehen allerdings an dieser Auflage mal ganz andere Gründe. Der Staat, so altmodisch und träge er doch immer wirken möchte, hat im Thema Steuern definitiv ganz großes Interesse, sich sehr schnell zu modernisieren. Ist ja auch irgendwo verständlich, weil wenn man sich anschaut, wahrscheinlich in keinem anderen Bereich werden so viele Steuern hinterzogen wie im Cryptospace. Und da, da schlägt jetzt natürlich die Mika-Verordnung volle Kanone ein. Das heißt wiederum, jeder Investor, der irgendwie kurz-, mittelfristig oder auch langfristig keine großen Probleme bekommen möchte, der ist nun gezwungen, seine ganzen Transaktionen und alles, was da außenrum passiert, ganz klar zu dokumentieren. Auf der einen Seite bedeutet dies für die meisten Menschen einen gehörigen Aufwand mehr. Auch ganz klar an der Stelle, die zentralen Exchanges, die werden auch alles andere als ergötzt daran sein, jetzt alle Transaktionen, die über 1000 Euro liegen, an die staatlichen Behörden zu melden. Aber bei all dem Ganzen, was jetzt da so auf uns zurollt, wollen wir trotzdem noch ein bisschen positiv reinblicken. Denn, sind wir mal offen und ehrlich, die Regulierung, die hätte auch noch deutlich schlimmer ausfallen können. Am Ende schafft Regulierung von neuen Technologien den Rahmen für Unternehmen, die sich dessen annehmen. Und da sehen wir auch wiederum einen ganz entscheidenden und großen Vorteil. Denn das Ganze dient zum Schutz der Investoren und es gibt vielleicht auch endlich die Möglichkeit, dass die ganzen Big Player in den Markt reinkommen. Also, dass der Cryptospace auch nochmal ordentlich an Volumen gewinnen kann. An der Stelle, Frage an dich, schreib doch mal in die Kommentare, wie siehst du dieses Gesetz? Was ist deine Meinung dazu? Wie, ja, was hältst du von der Verordnung? Wir sind gespannt, wenn du da noch weiter mit uns drüber diskutieren möchtest und auch natürlich über andere Projekte, über die wir so berichtet haben, auch immer up-to-date sein willst, dann komm doch auch gerne in unsere Telegram-Gruppe. Link ist in der Description. Sonst, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.